So, und es ist mal wieder Zeit für ein weiteres LP von dem Bloxy. Ich wollte mich mal wieder melden zwischendurch. So, ich habe mal ein paar Pick'n'Win Coins wieder gesammelt. Und ich dachte, ach komm, machst du noch ein Video. Und ja, dann wollen wir mal erstmal Pick'n'Win spielen, eine Runde. Gucken wir uns mal an, was gibt es hier für Bots. Oh, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, komm, dann nehmen wir mal dat hier. Und ja, da sind noch welche übrig. Und zwar drei Stück. Meistens, wenn drei hier sind, sind die anderen irgendwo hier. Und deswegen verschwenden wir sie auch mal hier. Nicht erneut nachfragen müssen wir nicht. Und ja, ich werde mal den hier nehmen. Auf gut Glück. Könnte ich ja das Bogen schützen. Sowas freut mich aber auch. Fürs Outfitten wieder mal. Ja, der sieht ganz gut aus. SWAT-GMT. Hm, naja. Was wollen wir machen? Swappies. Wie viele, wie viele? Tausend Mal. Ja, ja, immerhin. Swappies. Hundert Mal. Oh, der war ein besserer. Ja, jetzt habe ich 1100 Swappies zusätzlich. Sehr schön, sehr schön. Was gibt es denn noch hier? Ja, ich weiß nicht, ey. Nehmen wir den hier. Nachschub vielleicht. Nachschub habe ich ja gar nicht mehr mit. Äh, so. Ja, das ist die Frage. Sind die jetzt weiter hinten? Das ist... Ach komm, wir nehmen die beiden erstmal hier. Hauen wir weg. Eine Tarantula für einen Tag. Ja, super. 30 Heiltrank. Oh Mann. So, jetzt der letzte. Habe ich Glück oder habe ich kein Glück? Wir werden es sehen. In der nächsten Folge? Nein, natürlich nicht. Ähm. Ja. Die sind so in der Reihe hier. Welchen nehmen wir mal? Ja, das wird wieder der Falsche sein. Aber ich nehme ihn trotzdem. Und eine Tornado für sieben Tage. Nein, auch für einen Tag. Ach Mann. Dann wenigstens für länger. Das macht dann mehr Bock. Aber für einen Tag, naja, immer besser als nichts. Geschenkt ist geschenkt. Und man sollte sich nicht beschweren. Ja, was anderes wäre auch noch schön gewesen. Aber, naja. Ähm. So, ich habe jetzt mal ein bisschen vor noch. Ähm. Ich habe mir ein paar Maps von den beliebtesten Maps. Neuen Maps runtergeladen. Äh. Ja. Ich erstelle mal einen Raum. Jetzt ist es ziemlich früh. Ich hoffe mal, es kommt jemand rein. Erstellen. Teamkampf. Lassen wir mal 50. Kakos. Acht Leute. Machen wir mal. Ähm. Ja. Schauen wir mal. Welche Map wir jetzt nehmen. Zack. Runter. 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 So. Ich habe mir einmal Revenz runtergeladen. Äh. Revenz. Zeig schon. Äh. Revenity. Ähm. Greytown. Und. Dustory. Ich glaube, wir fangen mal mit. Dustory an. Erstellen. Und dann hoffen, dass mal jemand reinkommt. Bin ich mal gespannt. Und da ist jemand gejoint. Und dann starten wir das Match. Und da kommt auch schon noch jemand. Gucken wir uns die Map mal an. So. Was haben wir? Warum habe ich die Wollnarka ausgerüstet? Keine Ahnung. Egal. Okay. Sieht ja schon mal auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Erstmal ein bisschen durchstöbern hier. Hier geht es nicht weiter. Wo. Ah. Da ist doch jemand. Erstmal abknallen, damit wir in Ruhe rumlaufen können hier. Aha. Hier geht es hoch. Hier sind wir. Ah. Hier gibt es noch Wege. Ah. Hier kann man sich verstecken und snipen. Oho. Na komm ey. Der ist alleine. Das ist doch kacke. Lassen wir ihn doch mal am Leben hier. Tja. Die Farbwahl gefällt mir auf jeden Fall. Mit dem Boden. Sieht ganz gut aus. Was gibt es denn hier? Ah. Hier ist ein Durchgang. Hier kann man sich verstecken. Ja. Und mehr ist hier jetzt glaube ich auch nicht. Geheimwege habe ich noch keine entdeckt. Vielleicht gibt es auch keine. Man weiß es nicht. Aha. Okay. Dann kommen wir jetzt auf die andere. Oho. Da geht es runter. Also durch den Wasserfall kann man auf jeden Fall hier. Aha. Da ist ein Jumper. Versteckt. Den kann man dann auch bestimmt irgendwie hier nutzen. So. Warte mal. Ah. Okay. Wo kommen wir dann hin? Das ist die Frage. Ah. Okay. Kann man sich dann ein bisschen da verstecken? Oder einen dann wieder von hinten packen? Ich weiß es nicht. Aber Hauptsache geheim. So. Da kommt man auch noch. Okay. So. Da sie ja aufgebaut ist. Wie das die von. Vom Dings her. Kennt man sich hier eigentlich ganz gut aus. Wo die Wege lang gehen. Also ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen hier. Sonst kriegt er mich gleich. Nein. Werf keine Nade. Alter du. Du überlebst das nicht. Boah. Jetzt geht er um die Ecke. So ein Arsch. Nein. Hat er mich. Mit der Schniper weggesnippt. Bloxy ist aus deinem Leben. Nein. Das ist nicht meine Map. Okay. So. Hier haben wir erstmal die fette Übersicht. Okay. Hier ist es ja nicht ganz so wie das. Die aufgebaut. Aber. Warte mal. Hier geht es auch noch lang. Wo kommen wir hier durch? Ach so. Hier sind einfach nur kleine Häuschen. So. Hier bin ich noch nicht lang gegangen. Da war ich ja vorhin. Ich versuche gerade hier klar zu kommen, wo hier was nachgebaut ist. Warte mal. Ach genau. Hier ist diese. Was ist denn da für ein Raum? Kommt man da wohl hin? Oder nicht? Oh. Das ist gemein. Das ist so fies. Hier geht es noch lang. Da geht es noch. Oh. Ja. Jetzt bin ich schon wieder bei denen. Ach komm. Uhu. Keiner mehr da. Sind alle abgehauen? So. Jetzt weiß ich aber wo die sind. Du lässt meinen Kollegen in Ruhe? Ah. Und der knallt mich hier ab. Komm. Den versuchen wir jetzt mal mit. Mit dem Zepter zu kriegen. Ah. Das sind so viele. So viele. So viele. Scheiße. Ich dachte da wäre nur einer. Komm. 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 Nichts Geheims drin. Hier sind alle linke Seite. Ohoho. Komm. Wir versuchen nochmal einen Kamikaze-Lauf hier. Ah. Schade. Fast. Der knallt mich auch dann gerade mit der Orion ab hier. Okay. Nimm mal ein bisschen die Condor hier. Noch zwei Minuten. 57 Spielzeit. Ja. Gucken wir mal. Was steht es denn hier? Ui. Alter. Warum geht hier nicht mal woanders hin? Oh. Schwarzpulverbombe. Oder was war das? Wir spawn campen die hier. Aber die kommen ja auch leider nicht zu uns. Deswegen bleibt uns ja nichts anderes übrig hier. Boah. Nader hier. Aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Ha ha ha. Boah. Komm. Jetzt naden wir auch mal ein bisschen rum hier. Damit wir den wenigstens ein bisschen schwächen für mein Team. Äh. Was? Aber ich habe noch die Hornissenarmbrust mit. Ne? Die ganz standardmäßige. Nicht die epische. Wollen wir mal ein bisschen wieder spielen mit der. Oho. Die hat einen Dauerschuss. Oh. Oh. So. Dann werden wir uns mal den Wasserfall zunutze machen hier. Und uns zu deren Seite begeben. Und. Warte mal. Wo spawnen die überhaupt hier? Ah schade. Hier fehlt ein Block. Sonst könnte man hier auch hoch. Da hinten auch nicht. Aber so komme ich hier hoch. Genau. Oh. Wow. 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 Einen habe ich. Den zweiten muss ich noch. Komm. 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 Watt. Wo. Wann. Mir gleich. Ah. Ich habe ja noch mein Prämie. Okay. Dann sterbe ich noch nicht sofort. Ah. Da ist einer. Da ist einer. Ah. Da ist auch noch ein Jumper versteckt. Okay. Treffen sollte ich auch mal. Sehr schön. Boah. Glück gehabt. Ey. 20 HP. Fast hätte er mich gezogen. Muss mich hier irgendwo verstecken. So. Ah. Warte mal. Hier kann man dann richtig. Kommt man da überhaupt wieder raus wenn man da reingeht? Ja. Ich glaube schon. Aber eventuell ist da auch ein Jumper versteckt. Kann das sein? Warte mal. Gucken wir mal um die Ecke. Ja. Okay. Auf jeden Fall schon ein paar gute Verstecke hier gemacht. Also. Auch mit den Jumpern. Dass man da hinterm Baum da hochkommt. Ja. Wir haben gewonnen. Eindeutig. Ja. War ja auch ein bisschen unfair. Ähm. Map. Dustry. Von. Niki. No. Bewerten wir mal. Ja. Gefällt mir. Ja. Schick. Schick. Und. Äh. Ja. Dann werden wir mal zusehen. Dass wir jetzt die nächste Map spielen. Was habe ich mir da noch genommen? Ja. Gucken wir mal. Äh. Revinity. Oder. Vinity. Oder wie auch immer. Die jetzt ausgesprochen werden soll. Mal gucken wie die sich so abgeht hier. Warten wir mal bis welche bereit sind. Die erreicht schon. Ach komm. Starten wir. Djung. Drei. Zwei. Eins. Start. Was nehmen wir mal? Gucken wir erstmal was das für eine Map hier ist. Ach komm. Spielen wir mal eine Runde mit der Goldenen hier. Schon lange ich nicht mehr gespielt. Kann wahrscheinlich mit dem Rückstoß nicht mehr umgehen. Spawn von denen ist da hinten. Gucken wir uns erstmal die Map ein bisschen an. Hat ja so einen Matrixius Style hier. Oh wo wo wo. Ich sehe nichts. Alter wo sind die? Ich sehe jemand schießt aber ich sehe nicht wo. Wollen die mich veräppeln? Wo seid ihr man? Na gehen wir mal auf deren Seite. Wenn die zu uns kommen dann gehe ich zu denen. Ob das hier Woolsborns sind? Was ist das hier? Ah warte mal da geht es hoch. Ah hier ist eine Leiter. Das ist mein Team. Aha. Ah warte es ging noch höher. Aber warte egal. Komm wir gehen von unten. Lauf. Töte ihn noch. Und jetzt verziehen wir uns hier schnell schnell schnell. Och nö. Ey. Wegen einem Block hier. Na gut. Ich bin zwei Blöcke runter geflogen. Oder eventuell drei. War keine Absicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht dass der da so. Ah ne toll. Egal. Spielen wir noch eine Runde weiter mit der. Wo? Hier gibt es doch bestimmt noch ein paar andere Wege. Jetzt gehen wir erstmal hier durch. Hier unten wird man wenigstens nicht so schnell gesehen. Ah warte mal hier kommen wir sehr hoch. Ab, 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 schnell, schnell, schnell. Bevor mich einer sieht hier. Ah hier ist ein schöner Turm. Können wir noch theoretisch voll spawn campen hier. Aber ich glaube beide Teams haben dieselbe Chance. Ja okay. Dann ist das ja noch alles gut. Bin ich oben jetzt laufen die alle unten rum oder was? Irgendwo da hinten sind sie. Nein. Nein du hast mir die Dinge geklaut hier. Ich wollte die noch auch mal haben hier. Verdammt. Aber warte mal. Die sind ja jetzt wieder hier hinten ne? Boah das ist das fies. Ne ne Kollege. Dich packe ich mir jetzt. Boah man. Wieso ging er nicht schnell die Leiter runter? Jetzt hat er mit der Yen. Boomt er mich mit Nades hier zu? Wenn ich Glück habe, kommt er jetzt gerade hier lang. One way. One way. Und. Yes. Und weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Komm verpiss dich. Nein. 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 Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah schade. Hat er mich gesehen. Wahrscheinlich durch die Lücke da. Oh. In unserem Sporn. Da hast du keine Chance. Das solltest du bleiben lassen. Ey. Nicht wenn ich hier bin. Ey. Stirb. Ja und du schnappst dir den jetzt. Oh. Ja sicher. Nix Arsch. Wer nennt sich denn? Nix Arsch ey. Komm. 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 Weiter 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 weiter. Ey. Was ist das? Wo bin ich hier ey? Ein Gebilde hier. Na boah. Ich dachte jetzt fall ich ganz runter. Achte. Hä? Wozu ist denn die Leiter hier? Deko oder was? Okay. Genau. Krabbeln wir mal hier unten rum. Ah. Hier kommt man auch ganz nach oben wieder. Sehr gut. Und laufen. 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 Nein. Laufen. Geh doch da durch Mensch. Die spawnen gleich wieder. Ich sollte mich erstmal verstecken. Ah. Da unten. Da unten. Haha. Angekratzt. So. Boah. Perfekt. Ey. Das hat genau bei der Lücke wieder stehen geblieben ist. Das war doch geil. Ja. Oh nein. Oh komm. Einmal ein bisschen Fun-Naden hier. Ihr schmeißt jetzt auch. Oh. Aber nur eine. Aber nur eine mehr mache ich nicht. Jetzt verschwende ich mal meinen Prämi. Du hast nicht gesehen, dass ich oben stehe. Du auch nicht. Ah. Oh. Warte mal hier. Hier. Ah nein. Nein. Oh. Er spart noch genau da vorne. Dass er sieht, was ich hier vorhabe. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Was können wir zum Map sagen? Ja. Ich habe gelesen in den Kommentaren. Manche haben geschrieben so ein bisschen unübersichtlich. Ja. Okay. Ich sage mal im unteren Bereich. Auf jeden Fall. Aber sonst. Also oben ist es ja nicht sehr groß. Deswegen. Man kommt schon zurecht. Also so ist das nicht. Ein bisschen crazy soll es ja auch sein. Glaube ich. Allein mit dem Farbstil. Warte mal. Wie kommen wir denn jetzt hier hinten? Ach. Komme ich da bei denen hoch? Irgendwo? Es gab auf jeden Fall irgendeinen Weg zu denen hoch. Warte mal. Da hinten habe ich das eben gesehen. Nach zwei Minuten. Ja. Reicht noch. Um das herauszufinden. Mich verfolgt jemand. Warte mal. Ah. Da war die Leiter. Ich glaube man kommt direkt bei deren Spawn raus. Oder? Irgendwo war das auf jeden Fall. Oder war das nicht hier? Ja. Tatsache. Nein. Nein. Boah. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt muss ich mich verpissen. Komm. Komm. Ey. Der taucht doch schon wieder. Genau. Ach nein. Sorry. Da auf. Wer war denn jetzt da oben? Wer, wo, wann, wo Wer schießt mich ab Ja, das passiert halt auch Wenn man hier irgendwo dann schnell weglaufen will Dass man dann irgendwie runterfällt Und dann Macht man sehr schnell einen Selfkill Wenn man nicht mehr so viel Energie hat Da muss man die schon ein bisschen öfter gespielt haben Wenn man genau weiß jetzt, wo man ein bisschen aufpassen muss Boah, ganz knapp So Nein Ich wollte doch nicht da runter, Mann Ich wollte eben das Glas kaputt schießen und gucken Ob ich da irgendwie hochkomme Na, warte, ach 55 Sekunden lohnt sich nicht mehr da runter zu laufen Dann gehen wir mal hier lang Komm, laufen, laufen, laufen Wir müssen noch einen erwischen Komm, dafür mache ich jetzt einmal mit dem Zepter hier Nein, nein, du triffst mich nicht Oh, 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 oh Ah, Piranha Hat mich gekillt hier Oh, oh, die letzten 36 Sekunden Vielleicht kriege ich noch einen Ah, schade Der ist weg Der ist tot Warpies Oh, ja, jetzt kann ich Warpies Die Wind, komm, 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 komm Einen kriege ich noch, einen kriege ich noch 16 Sekunden Lauf, lauf Wo bin ich hier? Ah, da hinten Oh, toll Nein, ich bin genau von der anderen Seite Nein Jetzt komme ich da nicht hoch Ja, das war's auch Mit, äh Revinity, Revinity, Re Was weiß ich Ja, und wir haben gewonnen Ja, gegen zwei Leute Das ist kein Wunder Ähm Von Re Revin Äh, Revinity Revinity Wie gesagt, wie auch immer Ja, und, ähm Dann starten wir auch gleich schon mal Die nächste Map, die ich noch angucken wollte Und das ist gewesen Greytown Von, ähm Restfetten Komm, komm, komm Die sind bereit Der ist bereit Ja, wir starten einfach mal los Und, äh Ab geht's Bin mal gespannt, was das für eine Map ist Wow, wow, wow Warte auf übrige Spieler Ja, komm So groß ist die Was nehmen wir denn jetzt mal Äh, ach komm Ein bisschen, äh Pumprand mal Austesten hier Ja, wir müssen eine Mission erfüllen Auf jeden Fall irgendwo da hinten So, was ist das hier Oho, da war schon jemand Und ich bin schon halb tot Ah, hier ist sogar ein Weg Runter Oho, oho Also das Gefühl Da kennt jemand die Map Oder auch nicht Schade Ich wollte jetzt auf seinen Kopf eigentlich springen Und da hochgehen Oh, da Okay Da geht's lang Ich brauche erstmal so einen Eindruck Von der Größe der Map hier So, ich gehe mal diesen Weg hier hoch Ja, wie gesagt Treppensteigen sollte eigentlich auch ohne springen gehen Aber Ist ja bis jetzt noch nicht so ein Brickforce Leider Dass man so Halbstufen direkt hoch geht Okay Äh, äh Okay Die Map scheint nicht groß zu sein So wie es gerade aussieht Ist mir ich schon wieder an der Stelle Wo ich vorhin war Ach na Nicht meiner, aber Teamkill So Das klappt dann bei mir hier hoch Was hier so ist Ist hier ein Tor Ach, hier bin ich oben Alter, ich treffe mit der Pump Gar nichts mehr Nein, ich will nicht mehr die Pumpkan erledigen Ach, nö Jetzt klaust du mir schon wieder Warum lädt der gerade so lange nach, ey Heftig Die kamen gar nicht mehr wieder Zip da, zip da Okay, was ist hier? Ist hier eine Falle, oder? Geht's hier denn doch irgendwo lang? Ah, testen wir mal Aha Hier ist ein Weg Ein Portal Egal Ja, leider fürs gegnerische Team Nein Die Frage ist Komme ich jetzt wieder raus? Aber nicht ohne Schmerzen Wie es aussieht Äh Ah, doch hier So Wenn's für die ein Portal gibt Dehe ich mal davon aus Dass es für uns auch ein Portal gibt Oh Mann Hätte man eine andere Waffe nehmen sollen Was ist denn das für Ah, hier sieht man aber eigentlich so schnell, dass es gut kommt Wo seid ihr? Höh, wo war der Ausgang hier jetzt? Ja Boah, das hat aber nachgeleckt hier Okay Ich hoffe mal, ich komme denen entgegen Scheiße Nein Na gerne, gehen wir hier hoch Wo führt mich der Weg hier hin? Ah, da ist er doch Das war meiner Ach, kack, Pumpgun ey Von Entfernung, wie gesagt Ist ja übelst Hopfen wir mal ein bisschen über die Dächer hier Ein bisschen näher rankommen hier Ja, endlich mal Einer für mich Hahaha Oh, 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 oh Komm, den Verarschner machen hier Ah, hat er sich schon Ey, das ist, das ist, das ist Das ist hier genial Man läuft da rein Kommt um eine Ecke Und dann kann man ihn von hinten abknallen Das ist nicht schlecht Ob es beabsichtigt war Oder nicht Auf jeden Fall Das macht schon Fun Leute zu verarschen hier Okay, er wird abgeschossen Von wo, von wo, von wo Ach, hier bin ich auch noch nicht gewesen Na, da kommt man noch nicht durch Schade Abwasserkanal Auch so sehr schön Mit der grünen Brühe hier Gute Idee Komm her Oh, diese scheiß Stufen, Mann Oho, spawn, spawn, spawn Boah, da, 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 da Schießt ab Ja, sehr gut Danke, danke, danke Hast mir mein Leben gerettet Ach, Mann Jetzt wollte ich gerade hinter ihm her Mit dem Zepter Nein Lästert mich natürlich wieder nicht hier Der Alex Egal, wir rennen jetzt weiter Mit der Pump hier rum Hier erstmal 2 Minuten noch Gleich wechsle ich einmal Ei Oho, andere Seite Okay Schöne Aussicht hier Ich glaube, hier ist besser Oho Ich hätte mich mal auf den Einen Konzentrieren sollen Okay, jetzt lächeln wir mal die Waffe Damit der Pump hier ist Äh Ach, komm Ein paar Boomslinks Wären auch nicht schlecht Und die A Nehmen wir die Hornisten nochmal Ah Hab ich ihn Gucken wir mal gleich mal In diesem Eingang Ein paar Boomslinks platzieren Naja, ein paar ist gut Eine kann ich ja nur So, den überraschen wir Der kommt nämlich hierher gleich Äh, wo bin ich denn jetzt? Ach, da Ja genau Das war ja die eine Stelle Wo ich dann hinten drauf bin Oben Haben wir noch eine gute Übersicht Aber nicht zwei D2, das ist fies Ach, schade Boah, jetzt kommen die Nades hier an Na, na, na Ihr wollt doch nicht Was ist das hier überhaupt für ein Weg? Hier war ich auch noch nicht Underground hier Okay Haben wir doch noch was entdeckt Hier Das gibt's doch nicht Ah, jetzt geh doch mal hoch Uh Space Raum hier Die Frage ist Was bringt der Raum hier? Hm Ich hab jetzt eigentlich erwartet Dass hier ein Teleporter vielleicht ist Oder so, aber Nein Und hier ist auch sonst nichts Und selbst Platz für Capture the Flag Und Bombe Ist hier ja auch gar nicht Oder? Ne Hm Dann weiß ich auch nicht Vielleicht gibt's ja noch einen anderen Weg Ne, ich glaube nicht Das war's Warte, das Ne, da komm ich her, ne Jetzt muss ich jetzt mal wieder zurückkommen Verdammt Ach man War ich hinter der Wand Ey, hab ich nicht mehr getroffen Wo, wo, wo Da ist jemand, da ist jemand Macht sie fertig Jungs Hier 44 Sekunden Wir liegen zurück Mit 10 Punkten Naja Schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr aufzuholen Kann man hier irgendwo Ah, warte mal Da hinten Da hinten Da hinten Ne, guck mal Da hinten war noch irgendwas Ich hab was gesehen Was ist hier Eine Schießlücke Okay Muss natürlich erstmal einer langlaufen Ne Wer haut hier die ganzen Fenster kaputt Ja, komm, komm, komm Ich Wo Boah Von unten, von oben Ah, da oben Dann ist das schon wieder weg Und jetzt kommen noch mal die ganzen Nails geflogen In der Hoffnung, dass sie uns noch mehrfach killen hier Ja, die Map Grey Town von Restfetten Lustige Map Ah, jetzt hab ich die anderen zwei Maps ja gar nicht bewertet Mach ich ein anderes Mal Hab sie ja noch drin Werde sie auch noch mal spielen Von daher Ja Ich denke mal Das war's auch Und ja Mal wieder ein Video gekommen von mir Guckt's euch an Oder lasst es Ich hab da ja schon Wenn ihr das jetzt hört Ähm Ja Dann vielleicht bis zum nächsten Video Ciao, ciao mondjets Jtech 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 J cliche